Hallihallo liebe Freunde der gepflegten Abendunterhaltung und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Portal Knights. Die üblichen Verdächtigen sind auch wieder dabei, nämlich Onkel und Nero. Ich bin hier immer noch am aussortieren. Wer hat denn hier Erde in den Steine kommen noch woanders hin. Das ist ja mein Rucksack. Entschuldigung, dass ich euch irgendwie was bezüchtigt habe. Jetzt fängt der schon wieder an. Wir haben nicht mal richtig angefangen und er macht mich schon fertig. Fertig? Ja. Ach hier, ich habe die Eierkiste gefunden. Wie war das mit den Portalsteinen herstellen? Wie war das nochmal? Ganz einfach. Du drückst N bis bei Blöcke und Zutaten nicht. Du bist bei Portalsteine, drückst drauf und dann auf Herstellen. Sehr schön, sehr schön. So. Bei Portal? Ach hier. Was können wir stellen her? Was können wir drücken? Nur vier Stück. So, woher brauche ich das? Oder brauche ich Quarz? Äh, komm mal kurz hier. Brauche ich da Quarz oder noch mal? Ah, ich habe da einmal mit Kohle. Was? Ach gut, das macht Staub. Und warum kann ich denn? Ach so, das ist ja meine Tasche. Bom, 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 bom. So. So Setzlinge kommen hier und brauche ich. So Kinder, ab sofort kann ich Heilung. Ähm, Noxy, ich habe hier einen Mana dran, wenn du den möchtest. Mana, Mana. Ach, hier ist ein Haufen Mana-Dränke noch drin. Ja, ich habe selbst noch zwei. Oder, ja, zwei Stück. So, hier ist die Rüstungskiste. Hier ist die Rüstungskiste. Ne. Ach so, was? Oh, die Rüstungskiste ist voll. Warum? Weil da wieder Zähne ist, was da irgendwie gar nicht reingehört. Bom, 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 bom. Wo ist denn jetzt mein Zauber? Ach so. Jetzt, äh, äh. Das ist eine große Zauber, aber hässlich. Kommt da hin. Dann weg. Garotten können auch weg. Ballsteine, Baumwolle. Äh, habt ihr auch eine Stofftasche? Was haben wir? Eine Stofftasche. Äh, Stromquartzstaub habe ich hier einstecken. Ich kann dir ja, möchtest du diese, diese Eigenschaften haben, Noxy? Eigenschaften? Na, dieser Blitzschlag oder Toben. Weil ich glaube, das ist nichts für mich. Äh, brauche ich nicht. Also, Blitzschlag eins habe ich selbst und ich habe jetzt halt noch die Heilung. Ich kann halt in den Kisten rumkramen. Nö, die kannst du eigentlich wegschmeißen, weil Toben brauche ich nicht. Die Dinger sind, also die Gegner sind sowieso schon aggressiv genug. Hat einer von euch noch Kohle? Ja, ich habe sie aber in die Kiste getan. Meine 13 Stück. In welcher Kiste? Äh, was die? Ja, zur restlichen Kohle. Auch zu den restlichen Schuppen. Steine, äh, das Gedönse, das Gedönse. Mein Gott, wo haben wir denn die ganze Scheiße hier hin? Das gibt's doch gar nicht. Die Kohle ist, die Kohle ist im zweiten von rechts. Das ist hier falsch. Ich muss hier rein. Hä? Wo sind denn die Beutel? Beutlin! Diese komische Scheiß-Staub, diese, wie heißen die? Quarz-Staub. Sag mal die hin. Hä? Die sind ja ganz links drin. Mann! Da ist es. So, kann man schon, Noxy, kann man denn schon neue Rüstung herstellen? Äh, was weiß ich. Ich glaube, ich habe immer noch die höchste, die ich kann. Äh, ich guck mal an der Werkbank. Du musst ihn gucken. Du bist jetzt unser Baumeister. Nee, nee. Was? Ich dachte, ich bin ja der Baumeister. Nee, nee, du bist unser Baumeister. Oh, der Baumeister Papier. Äh, hallo, ich bin Bob. Hallo, Bob. Ähm. Ach nee, ich habe selbst ja die höchste. Hochmagier fehlt mir. Da brauche ich einmal Leinstoff und größtmal Rackstaub. Ähm, dann habe ich noch Schütze, also Bogenschütze und Wikingerrüstung. Äh. Was habt ihr an? Weitläufer, glaube ich. Speer habe ich dann. Alles klar. Da brauchen wir Wikinger, Schütze und Hochmagier. Also, für Wikinger brauchen wir jeweils einen Kupferbarren, zweimal Baumwollstoff und einmal Schuppe. Halt sie doch. Alles da in der Kisten. Für... Ich glaube es nicht. Jetzt bin ich echt der Immo vom Dienst, ey. Ja, na, das machst du jetzt, ey. Du hast vor uns schon so schlaue Spiegel. Weißt du, Noxy, willst du mitmachen? Bitte, 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 bitte. Boah, das haben wir nie gesagt, du Fohre. Hahaha. Hört euch den an, Alter. Hört euch den an. Boah. So ein kleiner Tricksack, Alter. Hat bei uns gebettelt, dass er mitmachen kann, weißt du? Hahaha. Jetzt dreht das so rum, ey. Wahnsinn. Achso. Achso, überall brauchen wir's... Ah ne, überall brauchen wir's selber, außer ich. Also bei mir. Bei mir brauche ich Leinenstoff und Maragdstaub. Also, ein bisschen was kann man machen. Aber ich mach grad mal ein bisschen was für Nero. Ich hab übrigens keinen Bock erstmal zum Amboss zu wechseln. Dero! Ja? Hütchen! Ich krieg ne Hütchen. No, ich mach Baumwolle. Baumwolle! Tee, bei mir war hier. Rüstungskiste war hier. Baumwolle ist links. Wollt ihr das andere Zeug denn wegschmeißen, so? Was ist denn anderes Zeug? War nicht. Äh, das alte Zeug. Weil die Rüstung, die braucht ihr nicht mehr, die alte. Die könnt ihr einfach wegklatschen. Ja, dann machen wir sie weg, weil... Ach, jetzt braucht ihr Platz. Äh, Leinenstoff konnten wir so herstellen, meine ich. Oder? Wie war das? Ach, Werkbank brauchen wir. Ach ja. Baumwolle. Ja, das brauchen wir. So, dann machen wir das noch. Ich mach noch der Heiltrank. So. So, Bob. Bist fertig. Ähm. Der alte Bogen und das Kupfermesser kann auch weg. Jaja. Nur so. Dann schmeißt du das Rad weg. Oder wollt ihr es behalten? Nö, hab ich ja geschmissen. Und die alte Rüstung des Junkers? Oh, weg. Wo bin ich denn jetzt hier? Da. So, Nero, dein Gedönse liegt hier in der Kiste. Ja, merci. Hä, das sind ja nur drei. Den... Warte mal. Eins, zwei, drei. Wo sind die Schuhe? Oh, sorry. Die Schuhe lagen auch in der Kiste. Hello. Hier bitte. Erstes fertig. Okay. Ich weiß nicht, die ganze Setzlinge... Du brauchst ja nicht, du fitzt genug. Wie setzt du dich? Ah, ich hab jetzt erst noch bisschen was angepflanzt. Kaktus. Können wir eigentlich noch mal angepflanzen. Haben wir noch nicht. Agave haben wir auch noch nicht. Agave, Dicksaft. Ähm. Nero, magst du mal kurz rausgehen? Nicht raus? Ja. Nee. Ähm. Weil, Onkel... Ich hab ja schon deinen ersten... Deinen Helm, ne? Nur zur Info. Dein Helm liegt in der Rüstungskiste. Okay. Weil ich brauch jetzt erstmal ein bisschen Baumwolle. Äh... Kann man das Zeug hier schon abernten bei euch, oder? Ja, ja, klar. Was ist es da? Ja, es ist Onkels Baumwollfeld. Deswegen, ich... Ich will euch da keine Unordnung reinbringen. Noch bin ich noch Gast. Mann, bist du Gast? Ja, fühlst du dich innerhalb von... Letzt mal einer Stunde irgendwo zu Hause, oder was? Ähm. Da hat jetzt nichts Falsches. Du kannst doch nicht... Du kannst doch... Äh... Du hast doch... Hm. Was ist das eigentlich für eine Waffe? Ich pflanze jetzt hier alles. Ich freue mich jetzt nicht zum Arsch. Gepanzerter Kupferbogen. Äh... Das müsste, glaub ich, der Höchste sein, oder? Qualität 8. Starker Kupferbogen. Achso... Äh... Ich... Die Sache ist halt, ich hab halt schon die Rezepte für die Level 10er frei. Deswegen. Aber ist ja nicht schlimm. Also... Äh... Ist ja nicht schlimm. Es kommt euch ganz gelegentlich, ich weiß. Ich pflanze hier draußen alles voll. Mach doch. Dann mach ich einmal einen falschen Zauber und dann ist alles weg. Wie deine Träume, Onkel. Wie deine Träume. Wie deine Träume. Ich tue die ganze Sätze jetzt irgendwo hinstellen. Haben wir das eigentlich schon... Wenn du jetzt eigentlich abbaust, das Baumwolle... Oh, Entschuldigung, Nährung. Jo. Onkel, keine Angst, ich setze das neue wieder hin. Ja, das muss ich grad fragen. Ist das dann weg? Na ja, wenn du die Samen wieder reinsetzt in Mutter Erde, dann nein. Mein Onkel, was hältst du da nicht von unserer Dach... ... unser neuen Dach? Aua, bitte. Mein neues Dach? Dachbepflückung, Bestückung. Eine Dachbepflückung, das klingt irgendwie versaut. Alter, was macht denn ihr hier vermisst? Oh, denn. Ich weiß nicht, wo ich noch hinfliehen soll. Ich hab zu viel Sitzlinge. Da wo Platz ist. Ich hab mir auch so überlegt. Ähm... Na, könnt ihr eigentlich auch mal schön arbeiten, oder? Boah, Alter, das letzte Mal was ich... Boah, Alter, das letzte Mal was ich... Ja, bitte, hier die ganze Zeit rumpimmeln und dann uns anmaule. Wah, wah. Das letzte Mal hast du noch gefragt, oh, musst du das alles so durch... so durch... äh, so... machen, so gerade? Ja, das sieht schön aus. Gefällt mir. So, äh... Onkel, dein Helm hast du schon. So, und kommt das noch? Ne, ich hab nix. Doch, in der Rüstungskiste liegt dein Helm. Handschuh. Das können wir nachher später nochmal... Ich hab jetzt keine Liste noch weiter, das Dings zu erweitern. Oh Mann, ich brauch nur einen Kupferbarren. Habt ihr noch irgendwo Kupfer? Ja. In der Dingskiste? In der Kupferkiste? Ne, wir haben hinten ne... Reichen dir Kupferblöcke auch, die du hinsetzen kannst? Kannst du die auseinandernehmen? Ne, ich brauch nen Kupferbarren. Hier, schmelzt du das schnell Kupfer? Äh, da braucht man Kupferärz und Kohle, ne? Kohle, Kupferärz, haben wir doch alles. Gut. Äh, Kupferbarren. Oh, das dauert Ewigkeiten. Und danach kann ich mich auch mal nen Hochmagier machen. Brauch ich ja auch alles. Mal drei. Im Quadrat. Und wir brauchen mehr Kohle. Kinders, wir brauchen mehr Kohle. Was hab ich jetzt gemacht? Das hat sich jetzt angehört. Wupp. Ah, ich hab den Bogen beklaut. Ach ja. Ja. Weißt du hier, Baumeister Nero will alles gerade haben, mault und dann klaut er es wieder. Ja, ja. Ich versteh schon. So muss es sein. So, äh, es fehlte noch die Beinschienen. So. Äh, du mein... Ja bitte? Kannst du denn so nen 10er Bogen herstellen? Ich guck gleich mal. So, Onkel, es liegt alles in der Waffen... Vielleicht sogar ein besseres Schwert mit Damage, Onkel. Es liegt alles in der Waffenkiste, ey. So. Ich guck mal. Waffen, ähm... Ich kann euch beiden nen... Ne, ich kann dir nen kupfernen Prügel herstellen, Onkel. Was? Es ist so ein kupferner Prügel. Es ist so ein kleiner Knüppel. Level 10. Und ansonsten hab ich nur die Level 8 da. Also, nen starke Kupferbogen. Den hast du, glaub ich, Nero, oder? Ich hab Stufe 5 hab ich. Achso, also hast du keinen starken Kupferbogen. Du hast den, äh... Gepanzerten. Ja. Gut, dann kann ich dir den herstellen. Brauch ich noch ein bisschen Holz. Äh... Holz hab ich. Den Kupferstab der Natur hab ich. Onkel kann sich's aussuchen. Entweder ne Kupfer, ne Axt. Also das ist ne Zweihand-Axt. Ein Kupfer, ein Hammer. Der Hammer hat noch plus 1% Lebensregeneration. Oder halt ein Kupfer, ein Prügel. Plus 28 Leben. Was ist denn jetzt besser? Ja, der Prügel ist Level 10, hat 70 Schaden und gibt 28 Leben hinzu. Der verstärkte Hammer macht 58 Schaden plus 1% Lebensregeneration. Und die Axt macht einfach 75 Damage. Also Prügel oder Hammer? Ich hab dir jetzt grad irgendwie überhaupt nicht zugehört. Mach irgendwas, was du sagst, ist am besten. Ja, ich denk mal ne Prügel. Ich brauch ein bisschen Holz, Moment. Leben, ich hab immer so wenig Leben. Das ist mein Problem. Äh... Der Prügel gab plus 28 Leben. Ja gut, dann... Gibt's dir deinen Klöpper. Dein Stöcksche. Äh... Svaratschoppel brauch ich eh gleich. Aber ich hang noch nicht fest. Ich bin leicht... Ich find das leicht dufte. So. Ah, der hat gut reagiert. Ja. Benötigt Ambo. Achso, am Amboss geht der. Natürlich. Und bestes Werkzeug brauchen wir. Kupferbogen, was brauch ich denn dafür? Achso, Werkbank 2. Hä? Hä? Ja Leute, gleich kann ich auch was für mich machen. Hä? So. Ähm, Onkel. Gehst du mal kurz so da raus? Danke. So. Ähm. Neros Bogen und Onkels Prügel sind da drin. Yeah. So, jetzt kommen wir auch mal zu mir. Was kann ich denn machen? Ah, ich könnte aber schon meine Werkzeuge machen. Meine neuen. Ja. Das ist aber lief für dich, dass du das Werkzeug machst. Ja, ich überlege gerade nur, ob ich mir erstmal eine andere... Ach, ich brauche Leinenstoff. Scheiße. Ähm. Wie ging nochmal Leinenstoff? Ach, aus dem Palmenblatt. Da kommen wir ja erst hin. Das habe ich jetzt alles sowas von bepflanzt hier. Oder habt ihr Palmsamen irgendwo? Palmenblätter oder sowas? Nee, ne? Nee. Na gut, dann kommen wir da echt noch erst hin. Ähm. Agaven habe ich hier gemacht. Hingesetzt. Gepanzerter Kupferbogen, das war der alte, ne? Also es wäre lieb, wenn ihr vorm Haus... Wenn Noxie vorm Haus nicht mehr rumballert mit seinem Ding, weil ich habe hier überall was hingepflanzt. Ich baller sowieso nicht rum. Ich habe meinen Hals sauber momentan ausgerüstet. Also ist alles gut, Onkel. Ähm. Ja gut, dann mache ich noch ein bisschen Werkzeug. Was soll's. Genau, Werkzeug ist gut, weil ich schaufel mir hier einen ab mit der Achse. Ja, ich mache erstmal die Spitzhacke, wenn es euch rechtlich ist. Also es ist... Zwei Stück ging, ansonsten brauche ich erstmal Kohle. Warum kann ich denn eigentlich nicht alleine reisen? Das ist doof. Kenners! Hier. Habt ihr erstmal zweimal. Also jeder nimmt sich eine und... Gutes. Was denn da? Ich muss auch sagen, das finde ich schade, dass man nicht alleine reisen kann. Ja gut, die haben halt den Wert auf Dings gelegt. Auf Multiplayer. Und ansonsten könnte ja jeder überall hin. Das wäre ja irgendwie nicht so der Sinn. Ja, das ist schon richtig, aber... Ich weiß, du hättest halt gerne die Möglichkeit. Ja, dass man, äh, keine Ahnung, so Richtung, äh... Keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung, keine Ahnung. Kohle, Kohle halt und so. Ja, ja. Ich finde es halt genial, wenn man sagen, ey, wir brauchen Kupfer und Kohle. Okay, in dem Gebiet ist mehr Kupfer und in dem Gebiet ist mehr Kohle. Da reisen wir einfach mal getrennt, so ungefähr. Ja, ungefähr. Das wäre schon echt nice. Nice. Ja, aber willst du verarschen? Nein. Okay, wie kommst du da drauf? Das ist ein kleiner Drecksack. Halten Sie sich fest! Äh... Ich könnte auch einfach mal ein bisschen Leben herstellen. Soll ich? Also Lebenstränke? So ein paar? Ja, bitte. Weil wir brauchen ja Karotten und Wasser. Äh, Karotten haben wir draußen? Ich weiß nicht, was da auch noch alles gebaut hat. Alter, warum ist das eigentlich hier so hell? Karotten? Karotten ist hier alles... Oh, Wasser 29, das ist super. Ähm... Äh, Karotten zwei Stück im Inventar, ansonsten jetzt auch grad nix. So... Nice. Hier draußen sind Karotten. Also die sind noch am wachsen. Wieso sind die am wachsen? Weil ich die gerade erst gepflanzt hab. Ach, ist doch Kot. Guck, hier hinten sind noch mehr. Äh, gut. Jetzt geht's ja schön schnell. Ja gut, dann brauchen wir erstmal Kohle, ne? Okay, also wir sollten irgendwie uns bis Stufe 10 auf jeden Fall noch leveln, bevor wir uns zum Boss machen, oder? Ich weiß es nicht. Oder schaffen wir den also nicht? Würde ich sagen. Ich sag mal so, ich verrate euch die Taktik, den zu schlagen nicht, von daher, äh... Will ich auch gar nicht. Ne? Sag ich auch nicht. Okay, wir können ja gucken, ähm, welche Ressourcen es wo gaben. Ach, ich hab ein bisschen Kohle? Also hier haben wir... Kupfererz braucht man nicht. Und... Kohle, ne? War das? Kohle braucht man. Ja. Ich reiß mal hin. Kohle Mörn. Das ist Fackeln, Kohle, Karotten hab ich nicht auch. Soll ich... Oh, guck mal, hier waren wir noch gar nicht. Ich glaub, hier reißen wir gleich mal hin. Warte mal die Schuppen. Die waren hier. Reißen wir hin. Ja, mach ruhig. Ich hab auch noch gar nicht bei den Purpurwäldern. Die sind cool. Sie sehen auch schön aus, muss ich sagen. Purpur? Ja. Also wenn das diese, die ich jetzt denke, ich glaub da steht unsere Basis. Purpur? Stand unsere Basis, besser gesagt. Der Charakter ist gelöscht. So. Ja! Die ersten Dufteln. Also hier hast du ja wirklich... Karotten! Karotten! Ja. Mh, Karotten! Mh, Karotten! So und... Da gibt's nächste Runde erstmal 20 Heiltränke. Das glaubst du aber. Ich schau mal nach Ressourcen. Ressourcen? Ressourcen? Ressourcen. Mh, Ressourcen. Mh, Ressourcen. Ressourcen. Äh, Vorsicht! Da oben ist ein Lava Golem. Ja ja, alles gut. Ich bin imber. Boah! Alter weißt du, jetzt hat er endlich mal neue Rüstung und dann, oh hier, leck meine Schulter, geh weg. Ja, Kupfer. Ja, ist auch fast, ist fast gut. Nur ein bisschen zu rot. Äh, hier ist auch Karotten. Karotten. Stufenaufstieg. Ich bin irgendwo hier und nach unten. Hallo, wo bin ich jetzt hin? Im Keller. Ganz plump im Keller. Ich fühl mich weg. Oder im Arsch. Geh weg. Geh weg. Geh doch mal weg, du Affe. Ah, Fee. Ja, ah, ah, Fee. Klack, 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 klack. Blimplom. Oh, shit. Hallo? Mein Name ist Blimplom. Möchten Sie eine Karotte kaufen? Äh, ja. Ich bin ein seriöser Händler von nebenan. Aua, aua, aua. Ich habe mein eigenes Geschäft. Ich werde es morgen aufmachen. Karate. Und ich kann Karate. Miau. Mach die dann immer Miau. Wat? Ne, Miau. Was? Ni hao. Wat Ni hao? Ei, Ni hao. Ni hao. Ni haot my Frau zu. Er hat gelacht. Ich bin lustig. Also, mehr Kupfer bräuchlich. Gibt es hier noch andere Kupfer? Ohne. Wie im Echtleben. Es dreht sich nur um Kuhn. Nur Kupfererz. Nur Kupfererz. Ich glaube hier ist ein kleines Häuschen. Da werde ich mal ganz kurz reingucken. Ja, gleich auch. Ich räume erstmal den Vorgarten auf. Und ein Portal muss es hier geben. Oh, cool. Ja toll, ich habe keine Portalstelle damit. Ich habe die alle abgelassen. Abgelassen. Äh. Ne, ich habe noch... Ich habe noch... Alter, alter, alter. Alter, wo pisst dich? Wo pisst dich? Wo pisst dich? Wo pisst dich? Alle. Oha. Ist der Imba der Onkel, du. Deswegen heißt er auch Imba Onkel. Ach, wir sind hier. Ja gut, der Onkel... Äh. Der Onkel ist noch ne Truhe. Äh. Der Onkel da unten ist noch ne Truhe. Irgendwo. Müsste. Keine Ahnung, ich bin hier weiter. Ohpala. Alter. Na los. Vorsicht. Gegen die scheiß Fliegefiescher komme ich nicht an. Kann ich nicht machen. Na? Und? Taugt dir Bruder was? Ein bisschen. Ach Leute. Bleib doch mal stehen. Was denn Onkel? Ich komme gegen die scheiß Fliegefiescher nicht an. Warum nicht? Weil die fliegen. Was denn? Warum lachen die so dämlich? Oh, die fliegen sind scheiße. Warum? Ja, die fliegen. Ja, na klar. Das ist doch... Oh, was ist denn hier los? Keine Ahnung. Ja, was denn sonst? Na, weil ich gegen die nicht ankomme. Ich kann nicht in die Luft schlagen. Das ist doch kacke. Nee. Deswegen, du brauchst einen Bogenschütz oder einen Magier. Ansonsten machst du denen einfach null Damage. Und stehst im Weg rum. Ich brauch Kupfer. Ach man, ich will keinen Kupfer. Obwohl. Doch, Kupfer kann man auch gebrauchen. Aber ich brauch Kohle. Gut. Kohle, 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 Kohle. Aber... Ich habe gerade eine Höhle gefunden, aber die schauen wir uns erst die Tage an. Macht es gut, Leute. Nee, nee, nicht mitten im Falltier. Wir sind hier mitten im Falltier. Ja, und bei 22 Minuten. Naja, mein Gott. So, jetzt. So, jetzt habe ich ja keine Lust mehr. Nee, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Macht es gut, Leute. Doch, schaltet auch mal bei Onclo Manero mit ein. Horido. Bis denn. Hallo. Tschüss. Tschüss.